Ab 8. Anni hat das Frühstück schon vorbereitet. Wir können es heute nach der langen Tour gestern gemächlich angehen lassen. Nach dem Frühstück ist alles gepackt und so können wir vor der Alm die von der Galflun-Alm kommende Gruppe empfangen. Es ist zwar bedeckter Himmel, Niederschlag ist nicht angesagt. Monate später wieder Treffpunkt an der Larcher Alm. Nach dem Gruppenfoto der knapp zweistündige Abstieg nach Wenz im Pizztal. Ab da wartet wieder ein Bustransfer ins hintere Pizztal auf uns. Auf breitem Forstweg geht es nach Wenz. Da kann schon mal nebeneinander gegangen und gequatscht werden. Dabei wurde auch zurückgeblickt und der Tenor war, dass der Aufenthalt auf der Larcher und Galflun-Alm eine sehr gute Wahl war und eine bekommene Abwechslung zu den Berghütten darstellte. Es sollte aber noch besser kommen. In Wenz dann mit dem Guss ab ins hintere Pizztal bis zum Gletscherstuhl. Nachdem das Gepäck wieder mal mit der Materialseilbahn zur Braunschweiger Hütte transportiert wurde und es erst 11 Uhr war, kehrten wir noch zu einer Stärkung ein. Die rund drei Stunden Aufstieg zur Hütte machen wir doch mit links. Der ging also bis vor 100 Jahren bis da unten. Der Gletscher ging bis hier runter. Linker Hand des Gletscherbachs zieht sich der Weg nach oben. Das Gletscherwasser stürzt in Kaskaden mit Hosen zu Tag. Eine Unterhaltung ist nur möglich, wenn man die Stimme erhebt. Das Gletscherwasser stürzt in Kaskaden mit Hosen zu Tag. Eine Unterhaltung ist nur möglich, wenn man die Stimme erhebt. Das Gletscher war es nicht schlecht. Herr Belauschen ist nur noch Quem ist sicher. Der Schmucktauch zu Tag. Der Schmucktauch zu Tag Boden B shout. Der Schmucktauch auf dem Kaskaden. Der Schmucktauch stürzt in Kaskaden und Säge. Der Schmucktauch fährt sich. Der Schmucktauch ist nur noch gar nicht mehr. Dass es nicht mehr die Stimme erhebt hat. Der Wasserfall liegt nun schon weit unter uns. Der Steig nimmt nun an Steilheit noch zu, die Hände werden zur leichten Kletterei gebraucht. Jetzt ist auch ein Blick auf die teils wolkenverhangene Wildspitze möglich. Halbwüchsige Steinböcke werfen einen Blick auf uns herab und wir sehen auf der anderen Talseite den Riffelsee mit der gleichnamigen Hütte davor. Da ist sie ja, die Braunschweiger Hütte. Mit der Gewissheit, bald oben zu sein, machen wir nochmals eine kleine Pause. Geschafft. Nach und nach laufen alle ein und versammeln sich zunächst auf der Terrasse, während Georg sogleich mit Zilli, der Hüttenwirtin, die Quartiervergabe regelt. ...